Autobelot AT Hehehehe Ja aber Schlagschiff macht schon deutlich mehr Bock Auch mit der Knallisender macht schon Spaß Muss man ja schon sagen Und Machen wir ihnen das Leben schwer Machen wir ihnen das Leben schwer Täti ich finde ja doch so ne schön die hat so ein schönes Wort Mh Ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr hören Autopilot deaktiviert Alles kaputt Letztes game für heute sag ich mal Ich sag mal ein letztes game für heute Und dann geh ich nämlich ins Bett Und lese noch ein bisschen One Piece Oh Jetzt kann ich wieder dröten Okay Wahrscheinlich einfach nur damit nicht jeder die ganze Zeit rumhubt Autopilot aktiviert Wir fahren da schön nahe an dem Ding da vorbei Okay Der deckt mich aber jetzt auf Dann schieße ich auch drauf Das ist gegen die gefahren Die zwei haben sich anscheinend sehr lieb da Kriege ich die geschossen Kriege ich die geschossen Aber noch ne selber auf die Schaden hast Ein Flugzeug Ein Flugzeug Ein Flugzeug ins Gesicht So Leon Kommen Sie zurück Ich bin nicht aufgedeckt Jetzt bin ich aufgedeckt Nicht getroffen Nicht getroffen Ja liberiert Auf jeden Böse feuer blah Scheiße afood �rupt Eine Huh Welts ok ich spiele euch hier hinten wieder gegen zwei leute wenn die nicht umdrehen ok der ist weg ein durchschlag alles was wir haben drauf schießen hauptgeschütz ist erstmal kaputt muss er fixen oh die lionne die ist eklig oh gott backbord 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 die jörg pusht das ist ja jetzt ist ja krise die 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 Oh, er ist blöd, weil ich nicht was noch. die ist halt noch komplett voll gut dass ich das reparieren kann ich muss hier weg ich muss hier weg leute torpedo egal wie sieht es punktetechnisch aus wir nehmen grad c ein aber auch nicht so richtig leon gegen leon ich muss den eigentlich helfen oder ich fahre rüber macht die schaden aus weg ja wir wollen halt c cappen also die leon muss weg und danach ist die schaden aus schaden aus ist weg und keine gedanken wir drüber machen dann kann ich eigentlich eindrehen das war der hit und wem auch immer nicht zu viel drehen ja dann dreh komplett dann dreh noch weiter autopilot aktiviert ok die ist auf jeden fall da unten gutes game auf jeden fall gutes game dann können wir morgen abend noch streamen morgen abend könnte man noch könnte man auch versuchen weiterzukommen aber das schaffen wir halt an einem abend nicht ne schwierig echt schwierig da müssen wir wirklich ich sagte wie es ist so cool world of warschlims auch ist aber ich werde das in zwei wochen niemals schaffen wir versuchen es mal diese wochen noch und dann gucken wir mal wie sich das wie weit wir ungefähr immer kommen aber ich glaube nicht dass ich das in der woche schaffe dafür müsste ich jedes game gewinnen und das ist in zwei wochen dafür spiele ich zu wenig dd wo bist du der müsste jetzt hier gerade so um die ecke linsen wenn ich da auch bin ja da ist er noch huch der ist ja mega weit weg doch ich dachte ich wäre es gewesen ok leute da haben wir wenigstens ein paar games wirklich paar gute und wirklich katastrophale games gehabt aber wir haben gute games gehabt das ist auf jeden fall viel wert da muss ich sagen danke fürs zuschauen fürs mitmachen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen im nächsten stream und dann versuchen wir noch ein bisschen hier hoch zu kommen in der liga dann danke ich euch und tschau tschau es ist es 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 Vielen Dank.